überholt sogar walk out nach zwei stunden zehn minuten land brasilien z o m ich habe gewonnen mich schuldet mir 500 euro ich hab's gar nicht gecheckt eine million ich hab's nicht gerast ich hab's nicht gerast land geguckt ok kann nicht sein auf einmal ikonensymbol was oh mein gott mickey der arme vor 30 minuten kam er ran und sagt wir wetten wenn die ikone zuerst zieht kriegt 500 euro hat er gewettet ich hab heute noch gesagt es wäre so geistig wenn du heute eine ziehst und du ziehst geil du razi gönn ich dir ja endlich also es wird zeit was nicht einfach zu öffnen mickey ach so du musst doch warten auf uns ja ich zieh ich zieh ich zieh ich zieh ich hab gezogen walk out schnallt euch schon mal an ich hole mir die 100 euro portugal sturm hitmann oh mein gott ihr seid so scheiße ihr kennt dieses spiel nicht ihr seid so dumm ihr wettet immer wieder gegen mich ihr müsst doch mal merken und begreifen dass es keinen sinn hat ein packduell gegen mich zu machen ja ist zu ende ihr könnt mir direkt überweisen das ist nicht die oder d1 d1 i i we do need to play d1 for sure like we need to get ready for walk out icon 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 yoshi boom son let's go es hat irgendeine weshalb ich ja nicht so für usb bin automatisch irgendwas ich habe eine ikone gezogen ich habe eine ikone ich habe eine ikone gezogen ich habe eine ikone ich habe engl Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Albo Gangstera. Pistoletem wtedy walcze. Ich hab mich gesagt, ich will noch einen Walkout ziehen. Nichts. Ich zie wie ein, wie ein, wie ein Bersi... Mówi, że muszę mieć ponad 1000 widzów, żeby się z nim bić na fejmie. To on musi mieć kanał na YouTube, który ma 400 000, nie jest wyboostowany przez kolegę. Nie. Kein Walkout. Clash Royale. Zwei, dreihunderttausend Klicks. Drei, vierhundert Euro. Und bei Fifa hat jedes Video, was ich bisher hochgeladen habe, über tausend Euro gebracht. Wo sieht man das denn? Muss man noch in der Let's EBS gehen? Ja. Reichweite, Interaktion, ne ich find's nicht. Scheiße. Ich finde sogar Buddy Shammy geht zu nem gewissen Maß. Walkout! Jetzt ist es soweit. Halt's Maul. Brasilien. Mann. Na gut, ich kannte noch nicht mal... Havertz und... und, und, äh... Und Kimmich... Nee, kannte ich nicht. Die drei kannte ich nicht. So, weißt du? Wie soll ich dann fucking Verratti kennen? Aber jetzt kenn ich die mittlerweile gut. Das ist mega krass. Ey, wenn ihr, wenn ihr Fußball-Noob seid und ihr habt gar keine Ahnung von Fußball und ihr seid da... Eure Freunde sind immer mega pisst. Äh, du kennst keinen Fußballer. Du kennst keine Mannschaft. Du weißt gar nicht, was abgeht. Du bist auf dem Stand von 2007. Digga, dann... Holt euch einfach 10.000 Euro und macht Packs auf und auf einmal seid ihr voll, voll dabei. Auf einmal kennt ihr voll die Spieler. Walkout! Let's go. Das ist er. Der letzte Walkout. Du musst weiterziehen. Schweiz... Torwart. Komm mal. Schweiz-Torwart. Ähm, du musst weiterziehen. Ich hab grad ein Spiel gestartet. Danach spielen wir Phasmophobia nach meinem Game. Ey, Max, wie pisst bist du, Digga? Sag es doch, Junge! Oh, schon! Ey, wie fühlt es dich an? Digga, du ziehst seit drei Stunden dein komplettes Geld weg. Komplett. Du steckst hier in EA 10.000 Euro rein. Dann redest du gerade noch darüber, dass du so schnell Packs ziehen willst, die 25er die Umdrehung kosten. Und dann siehst du Sommer. Wie angepisst bist du? Der kostet 7... Noch ein Walkout! Zwei Walkout! Das ist ein Zeichen! Was? Ein Land? Torwart. Du steckst hier in Hel 여기까지. I swür if he scores another PhD... F keruch! W-w-w-w-w-w-w-o-w-w-w-ow? Pau, I haven't scored a fucking corner since the fucking game came out and this prick has got two in one game. I don't have a controller. Oh, they can't see it on me. One sec. All right, boys, don't drink. This is, um, I'm of age. Ah, this is our Jimmy Barton. Oh, God. Sorry, Lux. All right, one sec. Oh, that is his foul. You actually smashed it, man. Do a man who's saying. Man! It's fancy. You got the fancy. Oh, walk out. Oh, I think that's an icon. No way. Wait, wait. Oh, my God. Oh, my God. Yo, yo, yo. Pella. Oh, no. Oh, no, 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 no. Yo, 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 stop. Let's go. What? Let's go. What? So, auf den direkt gedeutet. Walk out. Oh, nein. Oh, das ist ein, äh, O-T-W. Äh, das Land, Z-O-M, Real Madrid. Was ist das mit? De... Dejard? Ist das Geld? Das bist du. Nein, nein, nein. Hört ihr die Lachgeräusche auch? Ja. Das ist ein Hacker! What the fuck! Woah! Holy shit! Das ist ein Hacker! Untertitelung. BR 2018